Also irgendwie ist diese Stange sehr bequem und ich will irgendwie nicht runter hier. Aber ich muss, weil wir den nächsten Stern holen wollen, hier in dieser schöne Welt namens Regenbogenraserei. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum brandneuen Park wieder mal. Meine Antenmoderationen werden immer schlechter. Von Let's Play zu Let's Play werden die immer blöder. Egal. Solange ihr euch nicht beschwert oder sonst irgendwie ist mir das so egal. Ach ja, die Regenbogenraserei, wie ich im letzten Park gesagt habe. Nein! Habe ich ja gesagt, dass diese Welt eigentlich ziemlich schwer sein soll. Was ich gerade bewiesen habe, weil ich einfach mal zu blöd bin. Irgendwann mal richtig zu springen. Aber jetzt nochmal. Rein da! Mario, rein! Ich weiß, du willst nicht, aber wir müssen. Da fängt ja mal der Part mal geil an, weißt du? Du willst gerade loslegen, was gerade voll die geile Action. Und dann fällst du mal eiskalt runter. Nein! Mann! Was ist denn los hier? Zweimal schon runtergekommen. Das mache ich nicht mit Absicht, Freunde. Das mache ich nicht mit Absicht. Absicht würde sein, wenn ich einfach so runterspringen würde. Aber das mache ich ja nicht. Reise auf den Regenbögen! Nein! Ich mache keine Reise auf den Regenbögen. So, normal! Geht doch! Warum nicht gleich so? Genau so sollte es aussehen. Gekonnt und professionell! Na, nicht so! Was ist hier drin? Ein Leben! Cool! Lass nicht automatisch zu mir kommen. Jetzt muss ich wieder nach oben laufen. Und wieder hoch. Und nochmal das Ganze. Im letzten Part sah es doch gerade so gut aus. Nein, jetzt verkack ich wieder mal volle Garde. So, bitte hoch jetzt. Jetzt sind wir da. Sehr schön. Das freut mich. Das finde ich gut. So, jetzt hier hoch. Also, um noch die Münzen schnell zu sammeln. Ja, da hinten sind ja die Münzen und so weiter. Aber Reise auf den Regenbogen ist doch nicht das, wo ich nach oben muss, oder? Ja, wunderbar. Weg, du blöde Flamme! Zack! Und hoch! Und 106 schon! Jeha! So, jetzt heißt es, äh, Münzen sammeln. Münzen sammeln und die, äh, roten Münzen bringen. Lass dich von der Brise tragen. Was für eine Brise! Da war keine Brise. Man, Mario, runter. Da war keine Brise. Wenn ich jetzt... Da ist denn... So. Das war schon mal Stern 4 und 5. Jetzt können wir auf den Regenbögen reisen. Da ist der Regenbogen. Und wusstet ihr eigentlich, dass diese Welt hier, ähm, einen zweiten Auftritt hatte. Und zwar bei Mario Party, was ebenfalls für den, ähm, für den N64 rauskam. Nein! Da hat halt diese Welt halt seinen zweiten, äh, Auftritt. Da war sie natürlich die Welt von, richtig, von Mario. Die anderen hatten eher so eine andere Welt. Zum Beispiel, äh, Luigi hatte so eine, so eine Fabrik und so weiter. Dann der gute, äh, Wario hatte so ein Schlachtfeld gehabt. Dein Peach hatte eine riesen Torte und so weiter. Die waren cool, die Welten. Au. Oh! Warum so viele? Nee, da geh ich jetzt nicht hin. Ich bin nicht blöd. Das sind jetzt 19 Münzen. Tralala. Ich könnte jetzt eigentlich doch mal rüber gehen und die Roten Münzen holen, oder? Ich hab erst zu wenig. Ich hab noch zu wenig Münzen. Aber soweit ich mich erinnern kann, war auch hier. Ähm. Oder war das oben? Nee, war hier, glaub ich. Na komm her. Na komm her. So ein Stürpold. So ein Stürpold. So. Nein. Ich mach den anderen Stern. Weil Mario wieder mal nicht den Dingsjump macht, ey. Ich hasse es. Er macht nie den Walljump, oder macht nie das, was ich ihm sage, oder sonst irgendwas. Egal, ich hol den anderen Stern. Ich reiße zum Schiff. So. Die, 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 die. Jetzt gehen wir mal nach oben und holen die nächsten Münzen, yeah. Und hol den Stern, der 107, das find ich so so nice. Weil der ist nämlich, weil, eigentlich müsste Mario da hinten bei den blauen Stern, äh, also bei den blauen Münzen hinten, einfach nur hochjumpen, was er nicht getan hat, und dann kriegen wir die endlich. Das ist eigentlich ganz einfach, die Welt. Wie gesagt, die Welt ist eigentlich nicht schwer, und so weiter. Die kriegt man sehr schnell hin. So, welche mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zum Schiff, oder gehe ich jetzt da hin? Ich glaube, ich gehe da hin. Er darf natürlich nicht so lange von dem, von dem Teppich weg, oder, weg bleiben, weil sonst, ähm, geht da mal eiskalt weg. So, zack, drauf. Hier kriegen wir auch nochmal ein paar Münzen, da war, glaube ich, auch nochmal ein paar Münzen drauf, wenn ich mir echt erinnere. Und das dauere jetzt ein bisschen, denn wir müssen lange fliegen. Ich bin hier hin und dort, ja, da auch mal hin. Denn, ja, da müssen wir auch mal hin. Und da sind wieder ein paar Münzen, ich habe 38 Münzen. Endlich hätte ich mehr. Mal. Und zack, wieder rauf auf den. Wow, das war ganz sauknapp. Jetzt müssen wir einmal wieder rum, einmal wieder, einmal wieder so rum, und dann kommen wir eigentlich noch oben wieder zurück. Also da, wo das Feuer war, da kommen wir ja auch nochmal hin, wenn ihr die da nicht sehen. Wir müssen jetzt erstmal hier den ganzen Weg weiter. Kamera, bitte. Ah, Kamera, du machst... Oh, doch, Kamera, ich glaube, dein Akito ist heute mal nett zu uns. In diesem Part. Zack, hier rauf. Und Mario scheint auch seine, seine glückliche Zeit gerade zu haben. Ach ja, ich muss noch schnell, wenn ich die ganzen Münzen mir haben möchte, müsste ich sowieso hier den ganzen Weg hochfahren. Sonst kriege ich den nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt, so, fahren wir hier runter. Und das Feuer versucht uns dann abzuknallen. Ne, sieht doch gut aus. Ja, sah gut aus. Super. Jetzt geht's jetzt hoch. Dann sind wir beim Stern. Das finde ich ja so toll. Ach, ist jetzt schön. So, wir sind oben angekommen. Da ist der Stern. Hier müssen noch mal ein paar Leben sein. Der Leben ist noch mal hier drin. Ne, das tue ich mir jetzt nicht, weil sonst sterbe ich. Und zack. 107. Nur noch 13 Stück, liebe Freunde. Dann haben wir alle. So, das haben wir erledigt. Suche das Haus am Himmel. So, und wieder rein. Versuchen noch mal 100 Münzen zu sammeln. So, zack, rein. Weil jetzt muss ich vergucken. Jetzt muss ich unbedingt diese blauen Münzen erreichen. Wenn ich die blauen Münzen nicht erreiche, dann... ...hab ich das leider nicht geschafft. Weil da brauche ich, ich brauche nämlich die 100 Münzen. Ich brauche nämlich diese... Die blauen Münzen sind, glaube ich, ungefähr dann... Ich glaube, das sind 50, die ich dann kriege. Und dann hätte ich, glaube ich, alle. Deswegen muss ich da noch ein bisschen aufpassen. Alter. Schon wieder getroffen worden. Bei der gleichen Stelle. So, Feuer, geh aus. Super. Es hört aufs Wort. So, dann gehen wir da rüber. Dann muss ich nachher nochmal da hin nochmal. Und da auch nochmal ein paar Münzen holen. Oh, was ist denn? Die Kante. Der Lakito kommt wieder mal. Habe ich die erwischt? Nee, ich erwischt die nicht. Scheiße. Jetzt habe ich 18 Münzen. Ja. Ist das denn okay? Ich weiß es nicht. Nein, das ist nicht so schön. Die Musik, ey. Das ist wirklich so mit Summen oder mit Singen. Ist die wirklich am besten geartet und so weiter. Na, was willst du denn? Alter, der stellt sich bewegen. So. 27. Ich brauche euch auch mal. Ja, komm. Und tschüss. Salam, den Bombo. So, jetzt aber. Mann. Eine verpasst. Mist. Oh, Mann. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht schlimm. Wenn ich eine verpasse, ist es echt nicht schlimm, glaube ich. Zack. Eins. Zwei. Drei. Nein, 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 nein. Nicht so weit runterfallen, bitte. Ich darf nicht so weit runterfallen. Oh, wir weg. Was war denn das jetzt? Wann ich mal fünf oder sechs? Nee, warte mal. Zack. Nummer sechs. Jetzt haben wir sechs. Und danach fliege ich dann den, war ich dann den anderen Weg? Nee. Nein, Mario, bitte. Mach. Mach doch mal was. Zack. Nee, ich komme nicht hoch. Scheiße, ich komme nicht hoch. Jetzt. Super. So, wo ist die letzte? Wo ist die letzte Münze? Aber nochmal, wo ist die da? Da ist sie. Und zack, rüber. 69. Cool, jetzt muss ich überlegen. Wie viel hatte ich gerade? 42, glaube ich, oder? Ich hoffe nicht, dass der eine Fünfer mir jetzt Schwierigkeiten macht. Das wäre ärgerlich. Nein. Mann, nein. Blödes Ding. Halt. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg da nochmal zurück. Ich komme da lang. Da waren auch nochmal ein paar Münzen. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich hoffe, da waren ein paar, ein paar mehr. Ich sehe nichts. Wehe, der macht jetzt sein Feuer auf mich, weil dann habe ich Arschkarte. Und man konnte aber auch gleich wieder zurück, oder? Ja, man kommt gleich wieder zurück. Geh weg. Habe ich alle? Ich glaube, ich habe alle. So, jetzt darf ich aber nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich richtig verloren. Die, 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 die. So, jetzt ganz vorsichtig hoch. Ja, zwei habe ich erwischt. Gut. Super. Oh, nein. Oh, das war knapp. Also, diese Seite hier benutzen. Hier rüber. Hier hoch. Und die Münzen noch holen. Super. Das reicht erst mal. Aber jetzt hole ich mir nämlich noch die letzten Münzen, wenn ich mich mit dem... Nein! Oh! Halt, bleib stehen. Gut, und jetzt weiter. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Ich dachte schon, ey. So. Die nächsten Münzen müsste ich jetzt eigentlich oben kriegen, wenn ich jetzt nochmal fahre. Müsste ich jetzt alle kriegen. Wenn ich jetzt nämlich mit dem, mit dem, ähm, mit dem, äh, fliegenden Teppich nochmal fliege, müsste ich theoretisch die letzten 13 Münzen kriegen. Okay. Los geht's. Cool, ich brauche 13 Münzen und 13 Sterne. Dann habe ich das alles geschafft hier. So, okay. Los geht's. Ich schwitze gerade ein bisschen. Alter, ist das ganz spannend. Wenn ich eigentlich immer schwitze, heißt das, ich bin voll aufgeregt und so weiter. Und hoffe, dass alles funktioniert. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nämlich nicht funktioniert. Ich sage, es funktioniert nicht. Wollen wir wetten, Freunde? Ich wette, es funktioniert nicht. Ich wette, ich sterbe irgendwo. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo ist denn dann das Schloss, wo ich da hinkomme eigentlich? Wo ist denn dann das Schloss? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Der führt mich da weiter. Müsste ich eigentlich dann zum roten Münzenstern kommen? Oder komme ich dann zum roten Münzenstern? Ich hoffe ja. Müsste eigentlich machbar sein. Doch, das müsste eigentlich klappen. Ja, jetzt komme ich da hin. Zack. Wow, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nee, ich komme da nicht mehr hin. Ruhig mir die hier. Muss ich versuchen, irgendwie dann doch zurückkommen. Warte mal, doch. Doch, das müsste machbar sein. Die Entfernung. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich hoffe, es klappt. Aber ich glaube, bei meinem Glück wird es nicht klappen. Doch, wenn ich von oben springe. Wenn ich von oben springe, müsste es klappen. Vielleicht habe ich hier schon alle Münzen. Warte mal. Ja, zwei fehlen. Und die sind da oben. Ich muss sowieso hoch. Ja, doch, vielleicht klappt das heute mal. Das ist... Es geht von der Entfernung. Von der Entfernung geht es her. Es müsste eigentlich machbar sein, dass ich von hier oben dann abspringe und dann da rauflande. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn ich Glück habe, dann komme ich mich zum roten Münzestern. Und dann kann ich mich nämlich holen. Jawohl. So, mal gucken, ob das jetzt klappt. Jawohl. Boah, ich bin drauf. Okay. Wünsch mir Glück, Freunde. Das sieht gut aus. Jawohl, es hat funktioniert. Ich bin da beim rote Münzenstern. Geil. Es ist ja geschafft, Freunde. Diddl, didd, didd, didd. Yes. Jawohl, 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 jawohl. Geil. Findet ihr acht roten Münzen. Und den 100 Münzestern haben wir auch schon. Gatsching. So, auf geht's. In die letzten, den letzten Sternen, den wir jetzt holen werden. Reise auf den Regenbogen. Oh Gott, das war in der Stern Nummer 6. Was war in der Stern Nummer 6? War der auf dem Schiff oder ganz oben? Äh. Ne, warte mal, kommen jetzt noch zwei. Da habe ich 111. Da habe ich 111, aber dann habe ich doch. Sie. Ja, dann kommt der Bowser mit 100. Da hat er den Bowser, der den 120. Stern. Und dann fehlt mir noch ein Geheimstern. Ja, okay, dann habe ich einfach doch. Dann fehlt mich jetzt noch die Groß-Kleinwelt. Und die, ähm, wow. Ähm, die Groß-Kleinwelt fehlt noch. Und ein Geheimnis-Stern. Ja, doch, okay. Dann habe ich alle. Dann weiß ich, wo alle kamen. Weil Bowser hat nämlich noch den letzten Stern, der den 120. Stern. Und, ähm, ja. Okay, alles klar. Gut, ich weiß, wo, ich weiß Bescheid. Ich weiß doch alles. Yeah. Dann müssen wir nochmal die ganzen, die ganze Strecke nochmal hochfahren. Und dann, äh, kommt nämlich das Schiff und dann haben wir alles. Okay, alles klar. Ja, ganz oben war dann Dittl und dann war Dittl und dann ist das Schiff. Oh, cool. Sehr schön. Das finde ich ja so toll. Und das finde ich so ein Achels. Ja, komm. Du blöder Felsen. Warte mal, nee. Halt. Moment. Mein Bowser ist dann noch der 120. Stern. 120. Stern, glaube ich, gewesen, oder? Nee, warte mal. Ganz, ganz, ganz kurz. Warte mal. Sieben. Acht. Neun. Ja. Okay. Jetzt habe ich es. Weil bei Bowsers letzte, äh, letzte Schlacht kriege ich ja auch nochmal einen. Da ist ja auch nochmal so ein roter Münzenstern nochmal. Und da kriege ich, müsste ich dann den bekommen. Wow. Das war fies. Ja doch, da bekomme ich den dann. Alles klar. So. Jetzt musste ich mich doch... Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. War das nicht so, dass ich mich dann auch da hinschießen muss? Ich habe den Typen nicht angequatscht. Ja. Ich muss da hinten in die... Ach, nein. Ich muss den... Hm. Ich muss den Typen auch anquatschen. Habe ich vergessen. Scheiße. Ich musste mich doch den... Den... Den rosa, ähm... Bomb ansprechen. Weil der macht mir nicht eine Kanone auf. Wenn er den nicht aufgemacht hat, dann komme ich da nämlich hin. Und... Alter, passt auf. Da hinten ist so eine Plattform. Da muss ich mich hinschießen. Nämlich mit dem... Mit der guten Kanone. Und dann bin ich mich da. Und jetzt... Didi, 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 didi. So, Freunde. Das war's wieder für heute. Im nächsten Part hole ich mir den letzten Stern in der Regenbogenraserei. Und dann hole ich mir... Ah, nee, warte mal. Eine Sache mache ich noch ganz schnell. Warte mal. Müsste ich eigentlich noch hinkriegen. Vielleicht gehe ich das hin. Zack. Mäh. Aber nicht, wenn Mario scheiße baut. Wieso? Aber nicht, wenn Mario scheiße baut. Aber nicht, wenn Mario scheiße baut. So. Jetzt nochmal bitte. Danke. Hier wollte ich nämlich reinspringen eigentlich. So. Letz... Äh... Ja. Das wird jetzt ein bisschen assi. Das wird sehr schwer werden. Ich hoffe, ich kriege es hin. Warte mal. Muss ich hin? Da hin. Ich hoffe, wir da sind. Vielleicht die nächsten... Warte mal. Viel zu schnell. Nein. Ich war viel zu schnell. Ich bin viel zu... Pfff. Jetzt lande ich nämlich genau hier. Ach. Egal. Leute, das machen wir im nächsten Part alles. Das ist ein bisschen blöd, die Welt. Weil du landest dann genau hier draußen. Und musst du den ganzen Weg wieder nach hinten. Latschen. Ach, Mann. Egal. So. Freunde. Das war es wieder für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Am morgigen Tag. Natürlich. Zu Mario 64. Tschö mit Ö. Reinhauen. Vorbeischauen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Part werden wir dann glaube ich schon... ja, kurz vor Ende sein. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Tschö mit Ö. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich lauf schon mal vor. Das sehen wir doch ganz schnell. Laufen, 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 laufen. Du müsstest noch gleich da sein. Ja, das ist doch schon schön. Ich will's aber noch mal probieren. Oder probier's noch mal. Ich probier's noch mal. Ich will's noch mal probieren. Eigentlich ist es nicht so schwer. So, noch mal. Jetzt geh ich aber nicht erstmal zu dem, sondern ich gehe... Ah, das ist nicht der da sogar. Ah ne, die. Der komm ich nicht hin. So, da rauf. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöde hier, weil du musst echt alle... Uh, beinah zu weit. So. Das ist hier echt ein bisschen fies, weil du musst von Platte zu Platte... um nur diese blöden Sterne, äh, Münzen zu kriegen. Ich glaube, da war sie, oder? Ne, da oben war sie. So. Die nächste. Komm her. Zack. Jetzt den ansprechen. Komm her. Komm her. Wann? Hallo, ich mach die Kanone für Antibereich. Jetzt muss ich mich ganz nach oben wieder hin und da ahnen mich die nächsten vier, äh, Münzen zu holen. Bist du bereit? Dann rein mit dir, die Kanone. Ja, ja. Gleich. So. Und jetzt nach ganz oben. Mal gucken. So, wo bin ich denn hin? Da bin ich hin. Ich hoffe, das war jetzt okay. Ne, das war scheiße. Oh, Mann. Das war scheiße. Nochmal. So, zum Glück habe ich jetzt gerade nicht berührt. Und wieder rein. Ich muss da irgendwie zu diesen, zu diesen anderen, zu diesen Stangen muss ich hin. Da muss ich hoch. Das war scheiße. Ne. Mann. Ich hasse, ich hasse diese Welt hier. Da oben muss ich hin. Mal drehen. So, dann nochmal hier rein. Ich muss mich zu dieser anderen Plattform, weil da ist mich auch eine Kanone. Und da schieße ich mich dann zu anderen. Ah, so war das, glaube ich, gewesen. So, wo ist das Ding da oben? So, hier muss ich mich jetzt rein. So, dann wird der Part halt ein bisschen länger, als mir jetzt geht. So, wo war denn noch was hier? Oh, ist guter nicht. Aber cool, geklappt. Wo war denn jetzt der nächste? Ach, da. Scheiße. Ne, ich kann mich hoch. Ich bin nicht hoch genug. Da oben waren mich die anderen. Verarsche. So, danke. Kamera. Mann, ey. Du bist das Ding. Ich hoffe, da oben waren die letzten. Ich glaube, dann habe ich nämlich alle dann. Ich hoffe, dann sind alle da. Ja, da oben ist es nicht so. Ich habe es gerade gesehen. Sechs. Jetzt muss ich die versuchen, einen Flug zu kriegen. Das wäre nicht am besten. Ich glaube, ich habe mich gerade selber eingebaut. Ich dachte gerade, ich stürze jetzt ab. Aber so fies sind die halt, glaube ich, dazu gibt es nicht. So, jetzt genau im Flug. Und, jawohl. So, das war's. Freunde, mit der Zahl 111 beende ich diesen Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Euer Spindern ist weg für heute. Tschö mit Ö. Reinhauen. Vorbeischauen. Tschö. Macht's gut. Bis denn. Tschö.